also hier ist gerade recht gut aus aber jetzt starten ja gut genau schön brav nachfüllen da kommt die horde jetzt laden aufgemacht und bis natürlich wieder pleite aber aber wir haben alles auf einmal wieder sie entschuldigung er hätte das schon gerne mal die letzte wenn jetzt eigentlich parmesan käse haben nudeln noch mal reis joghurt noch mal neue joghurt hätte vorteile also blöd wäre das nicht ja gut das wären aber nur 12.000 also machbar aber auch natürlich eine gewisse vorbereitungszeit das auf jeden fall und dann mal gucken wenn die joghurt hat echt wenig los gerade wir werden nur noch ein paar tage länger 50 60 aber bezahlt sich mit profi in der pizza jetzt nicht passender so bezahlt man ja gut sehr gut so kommen wir auch an unser geld wieder ein kriegen so das ist leer das ist leer noch nicht mehr über ein leben aber man braucht ein neuer ich darf und brauche etwas neues ich brauche ich neu markt kaufen 1634 sehr gut sehr gut ist kreis 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 1 ich mache jetzt irgendwie das gleiche aber jetzt wollte ich ein bisschen froh ist das macht halt auch echt noch einiges mehr spaß da ist ein bisschen frischer wind hier drin so und die einnahmen steigen wirklich recht vernünftig aber nichtsdestotrotz auch bald feiern sein ich will sagen wir brauchst du bist nur vom beruf so 2 225 wow wie schnell die geworden sind voll geil richtig schnell mit oder okay was nachfüllen wir wussten volles wenn ich mir nicht noch kommen so sehr gut allein klar noch kommen so sehr gut allein klar ja auch für den namentlichen durften ja bock und dann 19 8 lange so alle kommen weg sehr gut mehl sushi eier 12 ein kleines sushi und zwar und direkt wieder hier auf den tag alles easy derzeit noch wie jetzt noch kommen soll der wenn jetzt von wegen regal sind der dann muss man mal gucken aber man könnte jetzt fast schon so ein durchgehende blaue laufen lassen hast du gemerkt nicht ganz so läuft aber dafür nicht vergessen wird auch viele regale aufzufüllen ist ja nicht mehr wie so ein zwei waren das sind ein paar mehr ein level 18 erst was voll ich könnte mit geld regeln aber jeder ohne langsame geht meine rolle aber fast level 58 Level 99 wird kommen. Sogar fast ohne meine Hilfe, ich brauch halt nicht fast nur bestellen. Mensch, aber viel. Kostet aber schon genug, ne? Aber die Sachen da kommen wir noch bei. Das ist halt noch viel zu viel Joghurt da. Ich glaube schon seit lange kein Miner. Mal gucken was ich mir einkaufen kann. D, D, D. Hier auf. Hier ein. Das ist leer. Das ist schon so ein bisschen leer Joghurt. Ich hab mir wirklich die ganzen Sachen an der 1 noch eintragen müssen, ne? Boah, Junge. Ich würde weinen. 1840. ich mache natürlich ein bisschen weniger einnahmen auch wegen den besser kassierer wenn so viel mehr nicht aber klein wie man auch nicht genau normales mittag hat bier lohnt sich immer habe ich gehört alle 58 nein sehr geil so was wir nachfällen auch schon lange nicht mehr gewesen einmal verdrückt erst mal kein licht auf jeden fall 8 ist einmal abgestimmt hier Yo daddy was geht und 61 ich angebote menschen war das hier um als gemotiviert hat er aber ich warte sicherweise überlegen ob ich man zu erinnern sich mit reinbringern ich habe heute mal zu gewinnen ich war überlegen ja kam sich mal an da das klischee von mir erfülle ich jetzt nicht habe ich dagegen mein klischee wert sehr motiviert aber gucken wo an welche kasse rts geht ganz schön riesige einkaufen zum neuen lästiger kunde mal gucken was er so gekauft hat und und locker von an der letzte kunde heute gespielt hat um mich welche mich waren wir und dann mal gucken lager muss ja gut leer gelöst sein so das ist noch da das ist noch da das fehlt soll mal einen holen das fehlt das fehlt so brauche ich jetzt kauf das ist gut das ist gut so bleiben so steht auch egal gerade noch reicht alles soweit wir kriegen ja das nebenbei aufgefüllt ja fast schon darf starten wird die eine lizenz auf jeden Fall haben naja die hier sind relativ nah aneinander aber der hier bisschen weniger sehr gut muss mit dem Bier aus pass mal auf wir holen wir ihn jetzt hier abonniere Ah, voll. Nur noch ein weniger. Wie bis bald erreicht. Was fehlt jetzt? Was ist da? Was fehlt? Das fehlt. Sushi fehlt. Davon fehlt was. Was fehlt. So, der Rest hier ist da. Wie? Jetzt geht's gerade. So. Sehr schön. Beide so. Beide so. Neunze. Frage Sache. Na, das Bier müssen wir mal selber nachführen, glaube ich. Nehmen wir die mal hier raus. So. Zack. Zack. Kann ich hier oben rein. So langsam nach und nach gräber umsortiert. So will ich das sehen. Sieht noch ein bisschen schäbig aus, gerade aber ein paar Stunden. noch. So. Davon einmal, darf man einmal. Die fehlen. Was da? Die fehlen. Was? Die fehlen, die fehlen. Und an einem, der sagt? Sieht noch nicht. Schlafen muss man mit dem fässeren. Ich möchte noch nie laden. 3 1 4 4 5 5 5 5 6 5 Ah Koch und ein paar Joghurt, dass sie mal wegkommen irgendwann, ich spiele schon so ein paar Tage länger hier. Ich weiß nicht, ich könnte diese Spieltäure eigentlich den ganzen Tag spielen, ne? Das ist halt super simpel, aber... Und wie ist das? Oha, so edel heute. Hoffentlich lässt du auch genug Geld ab. Im Laden gegenüber. Dass es vieles weniger kostet ist klar. Ja. So, vier. wo ist denn hier die tasse anzusort der frische tk adler der frische tk adler das hühnchen dabei hätte würden sie für den laden verlassen würde keine vulgären option aussagen hier bitte gehen sie bitte gehen sie hallo bei mir an ich glaube ich bin er hat wirklich gekauft warte mal kurz ich habe eine pause ach ja es hat preuze machen oder ach ja bei dem wohnstein machen wir mal einen spaziergang bei der arbeit brauchen wir ein bisschen frischluft also muss ja auch mal sein pfling 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 dass wir da oben reinräumen sehr schön wenn sie will man nicht so rumschreien hier ich bin gleich bei ihnen mit diesen ungeduldigen kunden so wir brauchen dann morgen das hier wir brauchen morgen das hier was haben wir nicht mehr da halt die gorschen ist der hartleiter auf schleicht dich so bestellung von morgen ist auffällig schleichen so ich muss noch mal verlettern warten sie mal wieder eben die auch nicht mehr viel da 144 euro also aus meinem laden geringverdiener schön so tschüss ja hier war die Prüfung zu treuer aber schlecht ist der Kiba müsste ich aber nicht geguckt ah was ist was jetzt gemacht werden musste okay erst muss ich kurz warten ich muss einfach gucken was die Preise sagen äh was war das jetzt guter zucker und für zwei oder zucker aber ich blind höre nochmal lang die fängt mit dem bruder zucker an bruder zucker fassbier bruder zucker fassbier schinken gebäck und das an ihr bruder zucker fassbier bruder zucker fassbier fassbier 35 das ist halt so geil ne seine Twitch integration ist schon ganz gut macht ihm die laune 39 35 und die lasagne ich hoffe nicht das hier lasagne ist was anderes oder was das in der lasagne ne da ich weiß was gleich nicht heißt ich nehme so sachen gerne beim board so bis einmal bis einmal davon brauchen neue lehrer auch leer das ist leer das 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 mal du alle lebt hier leer das 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 geht man ja wieder einfach rein kriegen jetzt hier ich hab noch so viel putter ne? die werde ich ja nie verbrauchen oh man so wie schaut denn aus und so wie sind hinterher gekommen mit dem augenblick auf füllen irgendwie nicht so ganz ne? da sind eigentlich fände sie ganz schön langsam geworden naja gehaltskürzung einer ist schon vorprogrammiert er geht nicht darum so schlecht oder nicht geht aber darum dass ich die aus dem regal haben möchte für 243 hinten plus 80 hier plus noch mal fühlt sich hier an nicht mal ganz fertig vielleicht könnte könnte einmal daraus will die selber nach so dann hier welche zu leeren aber ich glaube das wird nichts also es wurde schon sich gewünscht von der community dass ähm dass bis hinten auch gekühlt bleiben muss also es wurde schon sich gewünscht von der community dass ähm aber ob das dann wirklich nehmen wenn nachher mir noch ein gewünscht wird ach heute mal ein freitagsclub ein bisschen t war da aber nicht gut das genug kreativ gearbeitet ich wollte ein bisschen dämliche lizenz aber wo der kieber außer ich wusste so viel wieder nachfüllen dass ich halt übert sind also ins minus gegangen bin das gleichmittel ist teuer war es bitte mal das ist zu teuer mal gucken hier das ist zu teuer So. Egal. Püpp, 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 püpp. So. Ach ja. Püpp, püpp, püpp. Püpp, püpp. Püpp, püpp. so wie schaut sie aus jetzt hier die hatte sie wieder so leer weil gerade ein das ist wieder entpackt bei geladen oder beim tag nacht wechsel wahrscheinlich ich hätte gern gewissen puffer bevor ich mir neue die zentur noch aber so wie jetzt erreicht nicht also ich habe dann damit habe ich jetzt auch aber ohne die ganzen kostüme und erweiterung ich habe sowieso ich habe ja ich habe jakuza 0 jakuza kiwami 2 jakuza 3 remaster jakuza like a dragon in meiner simpelothek also mehr gibt der achte teil ja gut dann so viel habe ich nicht ich habe ich habe und stärker jetzt eh nicht mehr der pablo bruder zog das feuer war der hier war das okay ja wenn ich dazu mal kommen mehr habe ich mich ja nicht geäußert muss noch spielen dann habe ich dann wahrscheinlich würde ich sagen die neue lizenz da wenn sie so gut angucken wie heute ich bin ja auf die kloppe fertig los aber kommt auch aufs game an oh Spannungsgeladene ja los bei euch beiden der wein und die ropikos oder